So Leute, wir machen jetzt noch ein Spiel, noch ein paar zu diesem Spiel und ja, ich würde sagen, da bin ich stehen geblieben, ne, ne, LocalSafe, ja doch, LocalSafe, genau, und dann Lord, ne, war doch richtig so, oder? Perfekt, war richtig so, genau. Schade nur irgendwie ist, dass man das Game nicht auf Deutsch einstellen kann, das wäre schön gewesen. Moment, achso, let me in, ja, ja. Oh, fuck. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, auch nicht. Ja, gut, scheinbar wird nicht zu gehen, da war das irgendwie, ach, das ist ja schade. Aber das kommt vielleicht zu können, dass man das auf Deutsch aufstellen kann. Na gut, okay. So, schauen wir mal kurz hier. So, 23, 200, okay, jetzt werden wir aber auch die Zeit ablaufen lassen, ne, jetzt geht's richtig los. So, Zeit läuft. Also, wie gesagt, äh, 252.000 Stück davon brauchen wir, okay. So, das soll ich jetzt mal weitercraften, ne, das muss ich ja auch weitercraften, weil davon braucht er jetzt ganz viele. Äh, was soll, was soll, das muss, hä? Äh, ne, achso, ja, ja. Das verstehe ich jetzt grad nicht, hä? Bin ich mal ein bisschen jetzt, äh, 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 äh. Und was bringt das, oh, wath? Und was bringt das hier? Spend Energy Spend Energy Genau Nicht noch als Slot machen Aber wie gesagt Leute Ich verstehe das Spiel Irgendwie nicht Ich verstehe den Sinn des Spiels Was ist Socials Achso das ist das Key Bindings Upper Movedown Previous Item Q Shift Red E Next Item E Shift Max Alles klar Okay Wir haben schon 39 Stück Ja gut Muss aber irgendwie ein bisschen schneller gehen Ah Jetzt zeige ich an zu verstehen Deswegen kann man das hier immer mehr verschnellern Damit die Produktion doch immer Ach und das geht dann auch immer schneller Ja krass Aha Ich verstehe jetzt Deshalb wir können das so dann immer weiter und weiter weiter erhöhen Den Crafting Speed Aha Oh guck mal da Nichts mitmachen Also guck mal Wir machen natürlich ein bisschen mehr Zack So Ich weiß eigentlich gar nicht wozu ich das alles hier mache Ich verstehe die Sinn des Spiels ja nicht Ich habe nur halt heute in den Nachrichten gelesen Auf der Arbeit irgendwie Dass das wohl angeblich richtig angesagt gerade sein soll Und habe gesagt na gut Boah Entschuldigung Leute Und habe mir gedacht na gut okay dann schaue ich mir das mal an Aber irgendwie ich verstehe den Sinn des Spiels gar nicht Na ja Archive mens Das haben wir da auch Oh Aha Ich kann ja noch gar nicht Moment mal Hä Das geht ja alles Das habe ich ja alles schon wieder Okay 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 Wir werden Dir der 50 Stück schon jawoll Haha Aah Mensch Wieder weiter verstellen Immer weiter verstellen Dass die Produktion immer schneller vorangehen Aha 23 Prozent Ich glaube auch sogar Ah Ah Okay Ah Mensch was ist denn das So ich fange langsam an Das ist immer mehr und mehr und mehr zu verstehen Ähm ja ich hab einfach ständig husten, das gibt's doch gar nicht sag mal sag mal sag mal Leute, kann Hust noch eine elektrische Reaktion sein? kurios nein 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 keine Sorge ich hab keine Corona oder so ich scheinen gegen Corona auch immun sogar zu sein da hab ich Glück gehabt und für Gottes Segen will ich auch sagen dazu ähm äh so 28, oh schon 70 Stück, ja schön aha 1, mal gucken wie schnell das hier schon geht na komm schon, komm schon ein bisschen schneller, komm 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 2, ok, wird schon langsam immer also ist schon mittlerweile immer schneller und schneller, genial muss man halt immer erst mal weiter machen, das wird immer schneller und schneller und schneller jetzt machen und wie gesagt, wir müssen immer alle weitere Sachen research aber ich verstehe nicht wozu man die Sachen research zu welchem Snack was macht man damit später, das verstehe ich irgendwie nicht was ist denn, ah geil how energy works in flasks aha how energy works in tubes aha research crafting accelerators machen wir mal das hier aaaaah das sind nochmal so Erklärungen ach sooo okay und hier wie gesagt die ganzen Einstellungen ne was man so auch ne ja dadurch ist alles gut eingestellt natürlich Hullscreen Mode ja genau dann passt alles so äh zack wir haben jetzt Speed drauf 82 schon so jawoll 3 3 auch kaum ein bisschen schneller immer noch zu langsam 4 aber schon immer schneller schneller also nochmal Speed draufhauen ja ich muss den Speed erstmal immer erhöhen das ist das eine was du jetzt erstmal machen könnt immer den Speed erhöhen ich hoffe mal das ist das eine nicht dass ich das Spiel naja gut ich verstehe das Spiel auch noch gar nicht ich kenn das Spiel überhaupt gar nicht aber ich spiele ich wie gesagt jetzt gerade zum ersten Mal ne aber ihr seht ihr es halt schon der zweite Part wenn ich das mache ja aber wie gesagt äh verstanden habe ich das Spiel überhaupt gar nicht ich weiß nicht zu welchem Sekt tut man jetzt diese ganze Sache hier craften wofür das alles und so ne ähm ach so und übrigens wie ich gesehen habe das Spiel basiert auf der Unity oder Unity Engine ja ist ja auch ok ist ja auch ok ist ja auch ok aber ich persönlich muss sagen hätte es gut gefallen wenn das ey das wird doch immer schneller höher hier Alter wow krass wird immer heftiger ja wuuh wuuu oh alter jee weuuu So, hier haben wir wieder ein bisschen mehr höher laufen da, ne, nur noch 30% schon, oh, das kann aber lange dauern, bis man hier was fertig hat, Mensch ey, also wie viel hoch, wie hoch und was, zack, okay, wenn man dann mehr wachsen lässt, also, ne, je mehr kommen lässt, dann geht's ja alles auf den Schlag noch viel höher, cool, 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 hätte ich nicht gedacht, okay, also irgendwie, weiß ich, irgendwie ein entspanntes Spiel, keine Ahnung, hm, ich verstehe das nicht so ganz, wozu, ach ja, genau, Moment, Moment, holen wir mal noch was an, was war noch mal Lab jetzt hier, da sind wir dazu gekommen, so, Normal Items, also normale Items, normale, ne, Sachen, ist das, genau, das habe ich schon beides, oh, Orange habe schon 110, oh, perfekt, So, Unique Items, needs to be unlocked somehow, okay, needs to be unlocked somehow, ja, das muss man auch alles, Moment mal, Premium Currency, was heißt Premium Currency, was soll das wieder, 7 Diamonds, okay, und wie viel habe ich wovon, wo kann ich das überhaupt nachschauen, wenn ich ja mal wissen, ne, gibt's kein, irgendwie, hm, na toll, So, jetzt habe ich mal wieder mehr Speedway gepowert, so, ich habe ordentlich wieder mehr Speedway gepowert, Also, die Musik ist ja auch irgendwie kurios, muss ich sagen, na ja, Und, bam, nochmal ordentlich Speedway, Yolanda, So, wir haben schon 50%, Wahnsinn, oh, hat vielleicht doch 40% draufgehauen, krass, das ist ja cool, So, 50, 51%, jawohl, und nochmal Speed, bam, so, aber ich weiß nicht, Leute, ob das alles so passiert bei jedem war, irgendwie, Keine Ahnung, spend energy, wollte ich jetzt mal, also, wozu ist das eigentlich, aber, wie ist das noch, geil, äh, back to our story, äh, how energy works, how energy works, how energy works in the best, in the best content layer, you gain green energy, per second based on how many red flags, so, orange flags boost your red flags, ach so, energy production, ah, yellow flags boost your orange flags, boost on red flags, Ah, and soon, simply things, base, energy production, red, orange, yellow, okay, aber ich verstehe es immer noch nicht, wozu das ist, wozu macht man das hier alles, was ist, ich, wie gesagt, aber ich verstehe den Sinn des Spiels hier irgendwie nicht, ich sehe nur, dass man die ganze Zeit hier irgendwie rumcraftet und die Geschwindigkeit weiter erhöht, und das war es auch schon, ja, fast, keine Ahnung, also, keine Ahnung, bitte, und warum, kann ich hier nichts freischalten, das verstehe ich nicht, Okay, Spending Rate, 100%, ja, das ist auch noch eine Frage, ob ich das überhaupt nicht so richtig eingestellt habe, ja gut, okay, wenn ich den ganz hoch habe, dann ist ja auch auch nicht richtig richtig Speed dabei, die Frage ist jetzt nur, ist das überhaupt gut so, dass ich so viel Speed dabei habe, nicht, dass irgendwas, keine Ahnung, dadurch schneller ausgeht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, Boah, mein Rücken, ey, Mensch, Boah, äh, Ja, komm, zack, nochmal ordentlich Tau-Powern, Boah, wir haben schon 60%, jawoll, noch ein bisschen, wir haben es geschafft, aber ich komme wohl leider in diesem Part nicht mehr hin, naja, schade, Oh, was ist das hier? Spend Energie, aber was so? Crafting Speed, ach so, ach, okay, Äh, aha, Ach so, Crafting Speed, Crafting Speed, aber dann mache ich mal Spend, Hä? Zack, Was ist das denn, Oh, ach so, Ich denke mal, dass ich das gerade noch verstanden habe, Aber schuldig, ich weiß nicht, trotzdem ist das Spiel irgendwie, Kurio, wenn ich hier sage, Crafting Slots, Warte mal, ach, ach, oh, Ach, oh, Zack, Ach, oh, Geil, Moment mal, das heißt, Moment mal, stopp mal, Dann kann ich das doch hier eigentlich auch einmal umstellen, Und dann das, ach so ist das, also, Jetzt verstehe ich, So läuft das Ganze, Ach so, Aha, Okay, Interessant, Ja, komm, Ey, was soll der Scheiß, Hallo, Das ist doch, Die Bude, die Ohren, Was ist hier in der Schweine nachher wieder los, Wieso geht, Wieso, Hä? Was soll der Blödsinn, Warum denn hier nicht, Ach, hier macht das schon automatisch, Echt jetzt, Ach, der macht das schon automatisch, Ach so, Ja, cool, So geht es nämlich jetzt viel schneller, Weil ich jetzt immer, Eins, zwei, drei, vier, Nein, dann erhalten wir fünf Stück auf einmal an der Stelle, Ja, Oh, Wo steht jetzt hier, Lander, Worauf habe ich nicht vorher dran gedacht, Dann würde ich das so machen, Aha, Okay, Cool, Cool, Gucken wir mal noch mehr Slots, Mhm, Wieso können wir denn, Hä, Wieso können wir denn nicht noch mehr Slots machen, Was fehlt denn hier schon wieder, Ich hab doch genug Punkte da oben, Was soll denn das, Hä? Zack, Ah, Jetzt habe ich noch mehr Slots gemacht, Ah, Ich glaube, Ah, Wieso ist es fertig, Ah, Je, Je, Gut, Wir haben es geschafft, Start research, Aha, So, Was researchen wir jetzt, Jetzt müssen wir ihn verstehen, Was haben wir kurz, Slay, Ach, Mann, So, Jetzt haben wir, Ja, Was weiß er jetzt, Okay, Geht das aber auch schneller hoch, Aber es ist, Achso, Kann ich das mir irgendwie auch angucken, Was ist da jetzt researchen, Neun Minuten, Wie bitte, Oha, Jetzt aber kann ich mir irgendwie angucken, Was ist da jetzt researchen, Ich, Hä, Hallo, Na ja, Also, Auf jeden Fall, Was researchen wir jetzt noch, Irgendwas anderes gerade, Woosterflask, Aber leider, Da war ich einfach schon ein bisschen zu verstehen, Aber wir haben jetzt noch nur die zwei Flaschen, Ja, Ist schon, Aha, Warte mal, Die sind müssen wir auch noch mit, Nein, Da, Nicht sprechen, Brauchst du gar nicht, Kraft, Stopp, Nein, 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 Brauchst du hier nichts, Gebrauchst du gar nicht, Gekräftet zu werden, Okay, Wie kann ich dir jetzt angucken, Was ich, Kräfte, Ich will gerne wissen, Was es jetzt ist, Verstehe ich irgendwie nicht, Oder, Hä, Warte, Moment, Moment, Ach, Was scha-, Nein, Ich glaube nicht, Dass es das ist, Ah, Das kann ich dann wahrscheinlich auch hier sehen, Was das nicht so researcht ist, Aha, Und dann kann ich sehen, Wie viel ich davon brauche, Dann werde ich davon wieder kräften, Aha, Ach, Ich verstehe das eine, Booster das andere, Das heißt, Ich kann nicht nur das alleine, Ich verstehe, Ich verstehe, Also langsam muss ich sagen, Bist ja doch interessant, Bist, Also, Kann man ja langsam anfangen, Nicht das Spiel an zu verstehen, Aber wie gesagt, Was ich doch immer noch nicht, Was ich immer noch nicht verstanden, Wie das, Wozu, Das Ganze, Was ist, Was ist das Ziel des Spiels, Das verstehe ich mich nicht ganz, Was ist das, Äh, Keine Ahnung, Ne, Keine Ahnung, Kann ich, Ne, Kann man noch nichts, Lass mal da oben, Richtig voll gehen, Ich mach mal Spend, Ähm, So, Da habe ich richtig, Krassig Energy gespendet, Aber brauch ich dich eigentlich, Oh, Ich glaube ich, Ich glaube ich jetzt gerade gar nicht gebraucht, Kann das sein, Oh, Tatsächlich ist es doch wieder langsamer, Ja, Wie kann das denn jetzt sein, Zack, Oh, Weyer, Stimmt, Ach, Moment, Äh, Nein, Hä, Okay, Aber wieso ist es jetzt wieder langsamer, Das achte, Weil ich gerade nicht kräfte, Ich verstehe, Ich researche jetzt gerade mal nur, Genau, Naja Leute, Ich sag mal so, Ich werde noch ein paar weitere Parts, Machen, Also es erstmal noch weiter, Let's play, Noch weiter angucken, Das Spiel mit euch zusammen, Und mal gucken, Ne, Was sich noch zeigt, Also, Wer es jetzt kann, Ich, Verstehe ich und sehe ich noch nicht, Wieso, Das angeblich laut, Der Nachrichten so angesagt sein soll, Das Spiel, Weil ich im Moment eigentlich nicht so wirklich irgendwie, Noch nicht das Ziel des Spiels verstanden habe, Ich habe noch verstanden, Dass man halt diese, Äh, Diese Tränke da erstellen kann, Und man hat mit dem einen Trank, Dass die erstellung des anderen Tranks boostern kann, Und so weiter und so fort, Ja, Aber wozu das alles, Das ist jetzt das, Was ich nicht verstehe, Oh, 39%, Zwei Minuten haben wir noch, Ja, Okay, 40% schon, Accelerators, Ne, Moment mal, Ich habe doch, Ach, Required, 500, Oh, Warte mal, Da muss ich von den Flets, Das noch weiter craften, Ja, Kräfte doch weiter, Du Holzkopf, Was soll denn das, Wieso, Kräfte denn nicht weiter, Hallo, Geht's noch, Sieh zu, Dass du weiter craftest, Nein, 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 Nicht noch, Das wollen wir nicht, Hä, Wieso, Kräfte, Das denn, Warte mal, Nicht automatisch, Na, Manuell, Zack, Crafting, 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 Achso, Ja, Muss ich jetzt mit mal ausmachen, Richtig, Crafting, Äh, Häh, Bringt ihr gar nicht, Das auszumachen, Das Ding craftet sowieso geil, Also, Das verstehe ich jetzt nicht, Er craftet nämlich, Trotz, Warte mal, Kurios, Ja, Und jetzt, Da steht, Das ist nicht von diesen gelben hier, Ich verstehe das hier, Glaube ich, 500 Crafting, Von roten muss ich 10.000 Crafting, Warte mal, Rot, Äh, Was soll das denn jetzt, Moment, Rot, Und rot, Hä, Da stelle ich jetzt die Roten, Oder was, Na ja, ok Leute, ich würde sagen und zwar wir machen demnächst mal weiter ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bye